Müsste jetzt glaube ich schon das letzte Level sein und dann kommt Hoff. Hoff ist ja ein bisschen kürzer, das kam ja als Update erst später dazu. Hi. Okay. Und? Und? Mir passiert nix. Die hängen ja alle zusammen noch. So geht's auch. Ja. Und der auch noch. Und der auch noch. Und der auch noch. Der auch noch. Die müssen sich doch nur berühren. Das erste ist schon mal gut. Ich verspende ihn den Weg. Und die Dinger bleiben. Und die Dinger bleiben. Ich verspande ihn noch. Ich verspande ihn. Oh! Oh yeah! Eins, Zwei, nicht Drei, nur Einen! Hä? Ach! Verarsch mich doch nicht! Jetzt erstellen wir den Pikstar! Ist aber geil gemacht! Geil gemacht! Bearbeitet worden! Hätte ich gern mal so als CD! Hört es euch an! Da, 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 da... Da, 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 da! Das war's für heute. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Attacke! Aber das war nicht gut. Es geht auf Hoff Episode 5. Die Schweine schlagen zurück. Und... Da sitzen ein paar... Coming to... Scheinbar... Ist doch noch nicht alles noch da. Ich schwimme mal da, was da ist. Oh Gott. Missbraucht die AT-ATs nicht. 20 Frames. Sechsten sind 20 Frames. Das war so ein... 20 Megawatt Spiel. Okay. Wenn er entweder kommt es mir so vor... Der Wind beeinflusst richtig weh. Der hat sich ein Heuschen gebaut. Der ist tot. Der ist tot. Das Gelb sieht man so schlecht. Das Gelb sieht man so schlecht. Die Träger sind noch. Hatten wir Tatooine. Episode 4. Fotostellen. Episode 4. Jetzt kommt Sof. Episode 5. Danach kommt Dagora. Episode 5. Und dann kommt noch ein Bonus. man könnte noch Endor bringen. 26, 27 Frames. Ich glaube ich spinne. Na, da seid ihr. Ist das nicht das gleiche Level? Muss ich hier alles einzeln starten? Oder habe ich von ihnen aus Versehen? Ach Gott, eine Sonde. Nein, noch besser. Genau hier. Baumwäld. Da kann ja, glaube ich, einen Schnee weg machen. Ach, Mann. Nein, 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 nein. Baumwäld. Kann es aber so machen. Ach, nö. Nein, so ist es nicht cool. Nein. Ach, du sollst da reinfallen. Ich bin in der Sandstorm. Ich bin in der Sandstorm. Wie ist das? Ich bin in der Sandstorm. Ich bin in der Sandstorm. Ach, was ich auch immer labern. Nein. Nein, gerade hat es doch gut geklappt. Baumweld. 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 Guck mal! Ich bin die Leia O'Gala. Ich kann die wegmachen. Guck jetzt mal. Da war gerade ein Tusken im All. Oh, ist die süß! Okay Zieh jetzt einfach die Dinger einmal weg Ach der macht Spass Macht wirklich Spass Ich denke mir das hier kann streben Das war mehr wert Komm, das sind mehr Sterne wert Ich habe keinen Sinn Dann kann ich das so machen, dass ich das ganze Ding mitziehe Ah Ah Viele kleinen Teile noch drauf gegangen und 20.000 plus Schöner Na das reicht mir Ja Schon wieder das gleiche Spiel Das macht ein bisschen Spass. Okay, das fand ich gut. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Das geht zusammen wie eine Spinne. Ja, ja, das gibt's nicht. Wie kann der sich biegen? Alter. Jetzt geht er doch mal kaputt. Ey, meine Fresse. Was sag ich dir doch. Ja, und? Der geht auch kaputt. Der geht kaputt. Der geht kaputt. Ich will nicht. Komm mal mit. Boom. Ich hätte, glaube ich, es auch mit einem schaffen können. Nein. Ey. 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 Wird das hier in Tänkauft gesetzt? Hey. Nein! Nein! Okay, geh nun mal. Ne, wenn ich das Holz-Ding weg mache, dann will ich es zur Seite kippen. Ja, das ist doch einfach so schlecht, ne? Das habe ich nicht mit berechnet. Und das auch nicht. Hoffe ich nichts unmöglich. Dann arbeitet der Weihnachtsmann. Das muss schon was heißen.